Hi Folks, herzlich willkommen zum aktuellen Loot Crate Unboxing mit mir mit eurem Bernie81. Ihr habt es wahrscheinlich mit euren scharfen Adleraugen gerade schon gesehen. Die Box sieht nicht so perfekt aus. Die ist leicht zerdellt bei mir angekommen, beziehungsweise beim Zoll. Der Hammer. Zwei Monate bevor mein Abo ausläuft, das müsste jetzt, wenn ich richtig rechne, meine vorletzte Box sein, landet diese Box beim Zoll. Das allererste Mal. Okay, irgendwann ist immer das erste Mal, aber dass es jetzt natürlich so kurz vor knapp beim Zoll landet, ist schon krass. Na gut, ich habe sie jetzt abgeholt, sie ist jetzt da. Ja, ich brauche sie auch nicht mehr zu öffnen, denn der gute Mann vom Zoll hat sie geöffnet, hat reingeschaut. Er sagt noch so zu mir, öffnen Sie mal die Box. Ich so, nee, nee, das machen Sie mal, ich drehe mich um. Dann habe ich mich tatsächlich, während er da reingeschaut hat, habe ich mich umgedreht. Und er so, ja, okay, Sie können sich jetzt wieder umdrehen, alles ist in Ordnung. Okay, deswegen, ich habe die jetzt auch nicht mehr zugeklebt. Die ist jetzt offen, deswegen brauche ich auch mein patentiertes Unboxing-Messer nicht. Ähm, ihr wisst ja, dass die Boxen von Loot-Crate immer als etwas dienen. Man kann also daraus etwas basteln. So, ich hoffe nicht, dass gerade diese Box so geil ist, dass ich daraus etwas basteln möchte, weil die halt extrem verbeult ist. Und es wäre wirklich schade drum, wenn das dann so wäre, dass ich da voll Bock drauf hätte und ich es nicht machen kann, weil die Box verbeult ist. Aber lange Rede, gar keinen Sinn. Wir schauen jetzt mal auf den Inhalt, denn ihr wisst ja, ne, das Innere zählt. Oh, und das Erste, was ich schon sehe, das ist die, das ist die dritte Figur von dieser Reihe. Und das ist das erste Mal, dass ich mich darüber freue und wie ich mich darüber freue. Und zwar haben wir hier eine Rocket- und Groot-Figur von Guardians of the Galaxy 2 von Kufik. Mega, mega geil. Der Baby-Groot sitzt beim Rocket-Raccoon auf dem Kopf und es ist einfach eine Mega-Figur. Geil. Mega geil. Super. Muss ich überhaupt noch gucken, ob was anderes in der Box ist? Das ist ja, das ist ja schon mal ultimativ geil. Eine Rocket- und Groot-Guardians of the Galaxy Vol. 2 Kufik-Figur. Die erste, wie gesagt. Ich habe schon zwei. Einmal von Doctor Strange und irgendwie noch so eine Tuss Nelda. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, die ist richtig geil. Mega. Das ist schon mal cool. Es kann jetzt eigentlich nur noch schlechter werden. Leute, es ist so. So, was haben wir hier? Das sind Stifte. Das hatten wir doch letztens erst. Welche Box war das? War das die GEMA-Blockbox mit den Stiften von Akte X? Ich glaube, ja. Gut. Buntstifte mit einem Anspitzer. Ich habe aber aus dem Augenwinkel, glaube ich, schon gesehen, wofür die sind. Und zwar haben wir hier ein Star Wars Art of Coloring. Und das bedeutet, natürlich, so habe ich es mir gedacht, ein Star Wars Malbuch. Malbuch. Cool. Ich bin jetzt nicht so der Star Wars Fan, aber das ist doch eigentlich mal echt ein nettes Ding. Ein Star Wars Malbuch. Es ist ein bisschen verknickt, aber hier hinten sind auch ein paar Macken drin, aber es ist grundsätzlich noch in Ordnung. Dafür sind dann auch die Stifte. Also, ein Star Wars Malbuch. Da kenne ich jemanden, der da mit Sicherheit Interesse dran hätte. Das weiß ich jetzt schon. So, dann schauen wir mal. Oh, das ist auch cool. Und zwar, der Pin, der immer im Loot Crate dabei ist, ist diesen Monat der Avatar. Ich weiß nicht, ob ihr die Serie kennt. Arm, der Avatar, der... Was ist er denn für ein Bändiger überhaupt? Ich weiß es gerade gar nicht. Ich habe es schon ewig nicht mehr geguckt. Airbender. Hier steht es doch drauf. Junge, Luftbändiger. The Last Airbender. Fand ich eigentlich ganz cool. Und ja, schick gemacht, der Pin. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, weiter geht's. Das T-Shirt, das schaue ich mir mal zuletzt an. Dann haben wir hier etwas von Destiny. Da kommt ja demnächst auch der zweite Teil. Und der kommt dann auch für den PC. Ich weiß aber jetzt nicht, was das hier ist. Patch, Set steht drauf. Okay. Das sind Aufnäher. Das sind Aufnäher von den verschiedenen Klassen, denke ich mal. Und zwar Hunter, Warlock und Titan. Sieht ganz nice aus. Auch so zum Hinstellen ist es ganz cool. Für mich persönlich jetzt nicht wirklich interessant. Weil ich mit Destiny nichts am Hut habe. Ist auch mal wieder etwas Loot Crate Exklusives. Da haben die ja immer sehr viel von. So. Dann war es das echt schon. Natürlich noch nicht. Wir haben ja noch das T-Shirt. Das ist diesmal in Rot. Und ich habe gerade schon gesehen, von was es ist. Und das ist eigentlich ziemlich cool. Und zwar ist das ein Goonies T-Shirt. The Goonies. Wer kennt den Film nicht? Also wer ihn nicht kennt, der muss ihn sich definitiv mal anschauen. Absoluter Kultfilm. The Goonies. Never Say Die. Das ist sehr cool. Das werde ich definitiv behalten. Das gefällt mir sehr, sehr gut. The Goonies. Never Say Die. So. Das war es. Und jetzt schaue ich mir mal hier die Box an. Oh Gott. Was zum Geier. Was wollen die denn jetzt hier wieder von mir? Oder was kann man hier raus basteln? Es ist sehr krass. Und wir schauen jetzt einfach mal in das Loot Buch. Das Thema ist Guardians diesen Monat. Und jetzt schauen wir mal. Also wir haben unübertrefflich. Das kann ich jetzt schon sagen. Das ist definitiv das Highlight dieser Box. Die Rocket Raccoon und Groot Figur. Absolut. Da kommt nichts anderes dran. Ganz klar. Dann, wie eben gesehen, das Goonies T-Shirt. Dann haben wir das Star Wars Malbuch. Die Destiny Patche. Und natürlich den Pin. Und das sehe ich gerade. Ich hoffe, ihr könnt das vielleicht auch erkennen. Der leuchtet scheinbar im Dunkeln. Das ist natürlich auch ein sehr cooles Feature. Das gefällt mir. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Nicht schlecht. So. Und dann. Ah. Okay. Das hat. Hat das was mit Destiny zu tun? Ich weiß es gerade nicht. Also ich meine jetzt die. Die Pappschachtel. Die scheint irgendwas mit Destiny zu tun zu haben. Und. Ja. Also ich werde es nicht. Ich werde es nicht zusammen basteln. Okay. Alles klar. So. Das war es. Das war der. Mai Loot. Ich muss ja immer so ein bisschen umdenken. Weil der. Loot ja quasi immer einen Monat später kommt. Also wir haben jetzt Juni. Und das ist dann quasi der Mai Loot. Und wie gesagt. Ich kann es. Ich kann es eigentlich nicht oft genug sagen. Diese Figur ist definitiv mein absolutes Highlight. Und die wird hoffentlich. In meiner Nerd Zentrale auch einen sehr vernünftigen Platz finden. Denn die ist einfach Hammer. Die Figur ist einfach der Hammer. Rocket und Groot Guardians of the Galaxy Vol. 2. Und ich sage jetzt damit Adios. Denn das war es. Alle Sachen haben wir durch. Schreibt mir doch gerne mal in die Kommentare. Was euer Highlight aus dieser Box ist. Kannst mir auch fast schon denken. Aber eventuell seht ihr das ja doch ein bisschen anders als ich. Und wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst mir bitte einen Daumen nach oben da. Ihr kennt das ja mittlerweile. Und wie gesagt. Das war es. Ich bin raus. Ich hoffe euch hat das zusehend Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Euer Bernie81. Tschüss. 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 Tschüss.